Ja, haben wir aber guten Vorteil. Jetzt sind wir hier am Anfang Stream wieder. Ich weiß nicht. Warte mal, ich guck mal, was ist, wenn wir jetzt weitermachen einfach machen würden. Ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, wirklich nicht, weil ich zuletzt gespeichert habe. Ja. Normalerweise drück ich immer, aber... Naja, 17 Minuten passt nicht, ne? 11 Prozent. Fütz auch einfach. Rück doch einfach mal. Nein, das passt effektiv nicht. Nö. Also ich habe hier irgendwo ges... Oh mein Gott, du willst nicht wissen, wo wir gleich sind. Na wo? Am Anfang. Ich habe den letzten Safe nicht übernommen. Was gesehen? Oh, da sind wir noch, Gott sei Dank. ok dafür dass wir auch gleich jetzt mal noch mal machen ja das geht ja schnell jetzt die euro war ja aber man das war doch wo ich auch gestorben wenn das gespeichert gehabt wird mir gerade sein ja du bist verhindert der johle war das gut und wieder runterfällt aber ich stimme um diese zeit na ja ja glaube ich glaube ich merken sollen merken uns die zeit ja auch gar nicht das ist das ja auch kommen ich würde an der johle waren alt hat ja pixel fick dich doch sterbischen feuer oder sterb diesmal passiert toll ich war aber schon so voll doch der gute das ist auch noch mal zu strafe machen ja aber auch nur dieses das hier wieder hallo darfst du nicht zu weit sein und dann passiert immer sowas dass das nicht funktioniert na ja du darfst nicht so eng zusammenstehen hast du das gerade gesehen kannst du eigentlich schräg hoch machen dass du so schräg nach links oder schräg nach rechts machen sollte es ja nicht passieren weil ich drücke mal ein bisschen zu doll deswegen ist das problem weit soweit doll in die eine richtung was sie kann das soll eigentlich passieren doch muss den samt drücken dann spielte spitz mit dem ja spitz mit dem nes das weißt du doch ich weiß ich gar nicht habe jetzt gedacht dass wir im n64 dinge spielst naja was hat er gespeichert was speichert er irgendwie ne ja frag mich nicht why das ist echt system dinge weil manche dinge sind echt beschissen die wieder zu holen ja so wie du ne g g mother fucker das g wie bei one piece der alte sack du kommst da niemals drauf doch klar g die machen den ganzen dillip dillip fuck haha 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 frodo er der regner frodo frodo du bist ein hodo du bist ein hodo das ist doch versuchen ja voll machen wir das so hab Bock noch mal zu versuchen jetzt werde ich einmal kurz wieder speichern fertig hm mach du mach schon hutz ich hab ja keinen bock ach nein ich hab ja kein safe gehabt g glaubt nicht mother fucker oh ja ich hasse diese mäuse du bist so behindert du bist so behindert jetzt hab ich den ganzen spiel wieder nur einen donkey kong besonders sehr fette besonders sehr fette bin ich an diesem spiel ja super ich bin mit kokorel ja dacke du bist so behindert kokorel dann gibt es nichts dafür da wenn du alle bananen sammeln musst oder so hm alles klar du bist dumm ich weiß naja das mach ich nicht weißt du hast keinen bock oder fähne blö 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 achja hm apropos bananen gibt es eigentlich das spiel bananen sammler noch das browser game bananen sammler ja was hast du für eine schreckige kindheit gehabt wie eine kindheit bananen sammler glaub ich war ich 17 was ist das für ein spiel browser game sag mir nicht dass man damit bananen ja wow deswegen heißt das auch bananen sammler ja der flash ist so behindert oh ich will hier schnell durch ich will hier nochmal wow da hättest du echt nochmal runter fallen müssen grad warum hätte ich das aus strafe oder was ja die futscher bestraft dass ich dieses level nochmal machen muss ja kokore 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 hast du es nicht an der stelle schon mal gesagt eben ja nicht kommen wir das fast mit oh spielverderber flasch ist so nichts ich mach die geilen jams mit dem rollen ja 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 ein feld ich will doch nicht so lange folge gemacht habe ich auch ja doch das hast du sogar geschafft ja weil ich mit ihr gemacht habe ja der fett sagt na ich finde das war egal wie der hinter so wird also sollte nie runter klatschen der müsste eigentlich runter fallen und auch sterben dann sagt das niemals nie du hast zu hause kuh und wie ja natürlich lieber zentos ich habe es doch super gerne nur sie läuft seitdem der titelbildschirm in der dauer dazu geflogen bist habt bist du ja raus geflogen ja keine ahnung wie lange wir dann schon aufgenommen haben das weiß ich jetzt nicht könnte gleich mal gucken kann der land gucken so für mich mal lässt du das dann jetzt oder ja ich lass das ist gut also wie meinst du das jetzt den titel screen ja klar warum nicht guck siehst du wenn du das machst dann ist halt du bist behindert ich weiß dass man schon auf die tasten gehämmert die tasten gedrückt hat so klark oder war das eine nuss nuss währenddessen essen ist klar fuck oh war das knarrin ich habe es auch nicht beim ersten mal geschafft ich habe da voll gegen geflogen wegen die scheiß bienen ja bist du du hast zwei ja ist mir doch egal halt den dicken du musst gleich nur rollen ich schaff das nicht doch nein ich schaff das nicht du musst das letzte ende rollen fuck fuck ich schaff das nicht na egal kann es ja nochmal machen oder lässt es ja egal ist eigentlich nur für die höhle da wieder da muss ich das eigentlich nochmal machen ist ja nur für unten rechts oder wenn du den piepmatz haben willst ja für was anderes ist es nicht es geht ab ja herr alte beherr auf rum zu fluchen bringt eh nix das war sein rekord ne mhm 1,15 ja naja glaubst du mal das scheiße was ich mir damals gibt's ich muss einfach ein fässer fiasko machen hier ah neiiiin ich will nicht schaff ich dankeschön doch weh zu dazu sag ich noch warte ich weiß was ich machen muss ich muss eins machen Moment ich wundern Pause was machst du vergeht jetzt? die Musik die ist so awesome dabei ne hast du Pause gedrückt? ne ne achso der hat jetzt nicht hat er jetzt nicht ins Spiel getappt? siehste ja das hab ich manchmal mal getappt ich hab dann nicht ins Spiel wie war das nochmal? so genau ne flasches dum 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 nein kein ernst ja oa ein controller ne der ist zu schnell eingestellt ich kann ja auf keiner auf keiner